Ich freue mich so auf Disneyland. Ich will Lili und Stitch sehen und ich will Rapunzel sehen und auf alle Achterbahnen gehen und mega fes süßes Essen. Ist es etwas? Ja. Ja, Kim, also... Ist eine Libana gebrannt? Nein, aber wir gehen gar nicht ins Disneyland. Was? Haben Sie mich angeschaut? Nicht ich, aber die Eltern halt. Also das Mami und der Papi. Wo gehen wir dann hin? Du hast ja die Bilder von Leonor gesehen. Wir gehen sie heute abholen. Aber nur auf Probe. Versprochen. Ich hoffe, ich gehe einfach eine Leistung nennen und ich will auch keine blöde Schwester haben. Chill doch. Leonor ist auch nur ein Kind, das eine Familie braucht. Und ich bin auch nur ein Kind, das die Familie so will haben, wie sie ist. Ich bin der Joel. Schön bist du da. Kim, stell dir vor. Kim. So. So, alle anschnallen. So. Ja. Sind alle angeschnallt? Ja. Nein, noch nicht. So schnell. Egal, ich starte schon mal. Was ist? Keine Ahnung, das Auto geht nicht an. Ja, aber auf 5 Minuten ist doch alles okay gewesen. Ja, aber jetzt geht es nicht an. Ja, ich gehe nachschauen. Gut, dann gehe ich natürlich wieder nachschauen. Mach das Ding noch auf. Was? Ja. Ja. Sorry. Scheisse! Totales Chaos, dass irgendjemand etwas da rumgeschrubft hat. Kommen. Oh. Scheisse. Ja, das habe ich noch gesagt. Ja, warte mal, was ist, wenn wir da ... Und jetzt geht es? Ja, ja, komm. Und jetzt geht es? Ja, probier es mal. Komm, hör doch auf, erzähl mir etwas anderes. So, geht doch. So. Und? Hat es geklappt? Ja. Ja, ja. Eure Mutter hat es geregelt. Aber es ist schon komisch. Kim, hast du mit dem etwas zu tun? Sie haben gar nichts damit zu tun. Wir waren ja alle die ganze Zeit zusammen. Ja, das stimmt. Hm. Also egal. Parat. Ab nach Hause. Und, Leonore, was machst du gerne? Ich heisse Leo. Leo, was machst du gerne? Nein. Nichts. Ja, also ... Kim spielt gerne Gitarre. Tust du auch gerne Musik machen? Komm, redet doch miteinander, ihr zwei. Willst du gern Fett tan hast? Wenn du vermisst und ich findes was mit. Dann MD. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich will nicht, dass du in unsere Familie kommst. Gut, das sind wir als Einnahmeeinung. Was ist der Plan? Wir müssen sie für diese scheisse Idee abhalten. Das mit der Musik hat offensichtlich nicht geklappt. Sie haben dich auch nicht zurückgeschickt. Ja, leider. Was ist, wenn man so tünt, als würde man weglaufen? Perfekt. Was machst du da? Meine echte Familie. Was ist dann mit ihnen passiert? Ein Feuer. Wow. Wow, es ist echt scheisse. Und jetzt kommen deine Eltern an und wollen, dass wir eine Familie werden. Spielest du ein Instrument? Ja, Schlagzeug. Ich habe meine Pflegemutter jahrelang damit genervt, bis ich eins bekommen habe. Aber jetzt, wenn ich es leider bin, bin ich erlaubt. Wieso denn das? Sie will, dass ich ihre nächsten Pflegekinder drauf spielen kann. Sie hat sich schon immer ein junges Pflegekind gewünscht. Es muss ziemlich schwer sein für dich. Was genau? Schlagzeug oder es ersetzt werden? Beides. Mama, Papa, ich habe sie gefunden. Ich will, dass Leo bei uns bleibt. Wir gehen ins Disneyland. Ich will unbedingt Lili uns das schon umarmen. Ja, ich auch. Und die trümmen so. Hast du das schon an uns machen? Ja, mit dem Popcorn. Und ich will die Achterbahn. Ja, mit den Autos. Und den Lufins. Tschüss. Schatz. Ach. Oh. Oh, 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 oh.